Das coolste an meinem Job ist es, mit komplett unterschiedlichen Menschen zusammen zu arbeiten. Eine Einschränkung wäre, samstags arbeiten zu müssen. Ich arbeite als Vertriebsmanager bei BILA und BILA ist einer der größten Lebensmittelhändler in Österreich. Mein Arbeitstag beginnt um 7 Uhr in der Früh. Ich suche mir eine Filiale aus, gehe ich in die Filiale, schaue ich mir die Prozesse, die Mitarbeiter, die Mitarbeiterbesetzung an in der Filiale. Ich hole mir den Marktmanager und die Abteilungsleiterin zu mir. Wir schauen uns zum Beispiel die Feinkostabteilung aus Kundensicht. Wir kontrollieren die Frische, die Warenverfügbarkeit und die Preisauszeichnung. Anschließend gehen wir ins Büro, besprechen die Punkte, besprechen wir die Themen, setzen uns Ziele und dann schauen wir uns zeitnah, dass wir die Punkte auch umsetzen und aus meiner Warte auch die kontrollieren. Und so mache ich das dreimal am Tag bis zu drei Filialen und dann gehe ich nach Hause. Für Vertriebsmanager benötigen wir keine bestimmte Ausbildung. Ich habe als Lehrling angefangen, habe bestimmte Seminare Besuch für Marktmanager und bin seit sieben Jahren Vertriebsmanager. Für externe Bewerber haben wir das Trainee-Programm. Mitbringen sollte man Freundlichkeit, Kontaktfreudigkeit und Führungskompetenz.